Jo, mein Lieben, zu, schau mal, und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir spielen heute wieder eine weitere Folge Minecraft Endergames und ich zeige euch mal wieder ein freshes Minecraft Endergames-Kid. Und wir spielen heute mit dem legendären Bomber-Kid. Oh, alter Explosion über Shit. Okay, let it go. Los geht's. Und das Bomber-Kid startet mit den folgenden Fähigkeiten. Er kann durch Explosionen keinen Schaden bekommen beim Töten von Spielern oder Mobs. Hinterlassen dieser eine Explosion. TT explodiert beim Setzen sofort. Die Ausrüstung sind 5 TNT, Leute. Und das Ding ist, ich weiß nicht, ob das noch drin ist, aber ich glaube schon, wenn man jemanden umbringt, dann gibt es direkt eine Explosion. Oder wenn du ein Tier umbringst, dann gibt es auch eine fette Explosion. Diese Explosion kann, soweit ich weiß, ein Full-Dia-Typ umbringen. Zumindest war es früher so. Jetzt ist es nicht mehr zu 1000% so, aber wir werden gucken, wie die Sache läuft. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Und Leute, fragt ihr nicht, warum die Qualität nur in 720p ist? Mein PC ist irgendwie im Moment ein bisschen kacker. Und deswegen verkraftet der das momentan nicht in 1080p. Aber ich verspreche euch, bald kommt wieder 1080p. Aber jetzt, denke mal, 720p ist auch nicht so schlimm. Oder was sagst du jetzt dazu, Andréa? Stopp. Sonst kriegt er gar keinen auf den Schnauzer. Ja, das ist genau meine Meinung. Da ist direkt ein Gegner, Jungs. Da ist direkt ein Gegner. Oh Gott, Alter. Handy-Nachricht bekommen. What the heck? Warum eine Handy-Nachricht? Komm her. What? Was? Wie kann das sein? Ich dachte, dieser Effekt ist, äh... Das geht doch nicht. Alter, Leute. Ich habe jetzt original 10 Minuten gewartet, dass diese paar Leute reinkommen. Was ist denn da los, Leute? Spielt mal mehr Ender Games. Das ist ein cooler Spielmodus, der in die Vergessenheit geraten ist. Ja, da haben sie recht. Vielleicht ist unsere Gewinnchance auch höher, wenn so wenige Leute in der Runde sind. Oder? Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? Ja, ja, ja. Was ist jetzt los? Ja, habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Leute. Ja. Ja, Mann, Alter. Ich will jetzt dieses Xbox-Achievement da sehen. Oh Gott, wir haben endlich, wir haben endlich den Vorteil vom Kid ausgespielt. Nur, ich glaube, deine Sachen sind verschwunden, weil da das Tee gezündet ist. Ne? Habt ihr gesehen? Ja, ja. Über Bro. Boah, Leute. Wir haben so diesen vom Tor-Kid, diesen speziellen Apfel da bekommen. Lest mal. Goldene Apfel von Hidu. Die goldene Äpfel von Hidu wachsen. Surprise, motherfucker. Äh. 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 Hä? Hä? Das soll es dann auch von dem Video gewinnen sein. Ich gebe euch mal ein kurzes Fazit zum Kid. Das habe ich ja früher immer gemacht. Mache ich aber jetzt nicht mehr. Deswegen mache ich das jetzt wieder. Ich glaube, dieses Kid bringt einen in Situationen eigentlich so gut wie immer nicht so viel. Ich glaube, das ist eher so ein Fun-Kit gedacht. Also kauft euch, wenn ihr die Coins übrig habt. Aber eigentlich so wirklich zum Gewinnen ist das Kid nicht geeignet. Und ja. Würde ich einfach sagen, das soll so ein Video gewinnen sein. Hier findet ihr die anderen Videos. Sorry, dass das Video so kurz war. Aber Ender Games spielt einfach keiner. Und die einzigen, die das spielen, schwitzen halt übel rein. Deswegen beschwert euch nicht über die Länge. Ich kann da nicht sehr viel für. Und ich will euch auch nicht irgendeinen unnötigen Scheiß reinschneiden. Weil das ist einfach nicht unterhaltsam, meiner Meinung nach. Und dann wünsche ich mir sagen, haut rein. Macht's gut. Schaut euch die anderen Videos an. Lasst ein Abo da, wenn euch das Video gefallen hat. Und ciao.